Hallo und guten Morgen auf meinem YouTube-Kanal. Wie Sie seht, sind wir unterwegs zum Segelflugschlepp nach Lahr. Um 5 in der Früh war es noch grau und grau und leichter Regen bei uns in Gabelstall. Aber schaut mal da raus. Sonnenschein, zwar ein bisschen Wolken, aber ein Traum, 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 Traum Wetter. Ja, wir werden natürlich da berichten. Wir haben da hinten auch Material mit zum Fliegen. Heute wird die LS7 zum ersten Mal in die Luft gehen. Auf das bin ich schon sehr gespannt. Und alles Weitere folgt später, wenn wir dort sind. Bis später. Ja, unmittelbar vor dem Flugplatz. Es sind noch vier Minuten, dann sind wir dort. Aber schaut euch die Location an. Also, wenn das die offizielle Zufahrtsstraße zum Flugplatz ist, würde ich das sehr beeindrucken. Wetter, ein Traum. Wir berichten, wenn wir dort sind. Ja, herzlich willkommen hier in Lahr. Die Voreinkündigung war ja schon vielversprechend. Aber schaut euch da um, was da Flieger vertreten sind. Es ist immens. Von kleinen, ich sage mal kleinen, ab so vier Meter Spannweite bis zu sechs, sieben Meter Spannweite Flieger. Es ist phänomenal. Das Wetter, es hält. Und ihr hört es im Hintergrund, die Schleppmaschine. Also, es ist richtig viel los. Ein Schlepp löst den anderen ab. Und bleibt dran. Wir werden euch noch ein paar Impressionen hier vom Flugplatz zeigen. Oh, cool. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ergän Agenda ugly, verschiedene ZDF, 2020 Musik 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 Ja, ein wunderschöner Modellflugtag geht zu Ende Hier in Lachen Segerschlepp treffen Es war faszinierend Ja, in den Baron kommt der nächste Event Wir werden wahrscheinlich auch dort wieder dabei sein Und ein bisschen was mitfilmen Bis bald Bis demnächst Ciao, ciao